Der Weg in der UEFA Champions League Die ganz großen Träume in Erfüllung geben können. Es ist eine erste Standortenstellung. Der Weg in der UEFA Champions League Er ist natürlich der wichtigste Wettbewerb im europäischen Fußball. Absolut, Wolf. Daran hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts geändert. Ganz im Gegenteil. Das ist der Wettbewerb, den jeder gewinnen will. Es gibt nicht so viele Mannschaften, die so extrem über das Pressing kommen wie sie. Nee, da brauchst du auch einfach die Spieler für. Da brauchst du Laufbereitschaft, du brauchst die Spielintelligenz. Das sind nicht einfach, die Räume so perfekt zuzustellen, wie sie das machen. Wir denken kurz auf die Anfangsformation von Feiner Rotterdam. Wir wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Callum Patterson. Jetzt haben sie den Ball. Reggiano Hubs. Tyrion Malassia. Bottegin. Rick Karstorp. Klar, das gibt hier Einwurf. Joe Bennett. Fairer Einsatz hier. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Ganz wichtiger Mann für sein Team. Der läuft viel, der bewegt sich gut und kann eben auch den entscheidenden Pass spielen. Thornstra. Klasse Pass. Er versucht es. Da ist der Treffer. Ton Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzt sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn auffallen. Der lässt die Abwehr einfach stehen. Das ist unwiderstehlich, wie er da abgeht. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Misslungen der Pass. Da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Jetzt müssen sie aufpassen. Thornstra. Berghuis. Ball kommt in die Mitte. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Weg ist der Ball. Rick Karstorp. Berghuis. Fairer. Jetzt der Ballverlust. Gefährlich. Kann er was los machen. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Ja, mit viel Übersicht. Steven Berghuis. Und jetzt die Chance. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Ball im Seitenhaus gibt jetzt natürlich Einwurf. Joe Bennett. Sean Morrison. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Adoma. Er steht Richards. Gute Aktion. Den Ball hat die Abwehr. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Callum Patterson. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ah, da hätte es schneller gehen müssen. So toller Pass. Sieht gefährlich aus. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Er ist jetzt gefährlich. Klasse Zuspiel. Was macht er draus? Und er trifft. Pfanne so oben, abseits. Damit zählt das Tor natürlich nicht. Da kommt noch mal die Wiederholung. Ja, klare Nummer. Da steht er eindeutig im Abseits. Alles richtig gemacht vom Assistenten. Schön den Ball angenommen, obwohl die Abwehr da ist. Callum Patterson. Da geht er gut in den Zweikampf. Tyrell Malasia. Fair. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Rick Carstorp. Fair. Tornstra. Callum Patterson. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Wird's jetzt gefährlich. In den freien Raum. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ball draußen gibt Ecke. So, Ecke kommt. Erstmal geklärt. Und das gibt erneut Eckball. Ecke in die Mitte. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Macht er gut. Ja, könnte was werden. Ball geht direkt wieder zurück. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmen. Und damit ist der Ball weg. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Fair. Der Ballverlust. Wieder so ein Klasse-Pass. Jetzt der Ballverlust. Tornstra. Reggiano-Habs. Super dazwischen gegangen. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Die Nachspielzeit. Zwei Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Richards. Er steht Richards. Sie holen sich den Ballbesitz. Zur Pause steht es 1 zu 0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. So, Durchgang 2. Wir machen weiter mit dieser Begegnung. Am ersten Spieltag. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr ansehlicher Start in die neue UEFA Champions League Saison. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Er kann ihn reinbringen. Und da verlieren sie den Ball. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Gefährlich. Jetzt wäre es Zeit für eine Flanke. Kann er was draus machen. Sieht gefährlich aus. Jetzt ist es gefährlich. Was macht er draus? Schöner Spielaufbau jetzt. Lange Flanke. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Da können sie erst mal klären. Abwehrverbund steht hinten drehen. Jetzt lassen sie sie erst mal kommen. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Zornstra. Zornstra. Rik Karstok. Jetzt vielleicht. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Er nimmt den Ball direkt und trifft die Klasse ein richtiges Pfund. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Sieht gut aus. Könnte was werden jetzt. Guter Zweiker. Die Gäste werden wechseln. Reggiano, Hubs. Tyrion, Malasia. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt die Flanke. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Joe Rolls. Callum Patterson. Halbe Stunde noch. Dann ist das Spiel vorbei. Jetzt müssen sie aufpassen. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Tolles Kurzfasspiel jetzt. Der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig. Aber klar, sie führen. Einwurf der Ball war draußen. So, Buschi. Es gibt die Auswechslung. Der Trainer erhofft sich natürlich, dass sich diese Umstellung jetzt positiv im Spiel bemerkbar macht. Bisschen easy. Klasse Vorstoß. Da müssen sie aufpassen. Super Pass. Ja, könnte was werden. Und jetzt die Chance. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstart. Ecke kommt's. So, erstmal geklärt nach dieser Eingabe. Gute Aktion. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Super dazwischen gegangen. Jürgensen. Super gemacht. Mit einem Hechtschwung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klassiker. Ecke in die Mitte. Gut aufgepasst. Weg ist der Ball. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Und hier wird es Einwurf geben. Ziemlich defensiv, was sie da im Moment machen. Die rühren da hinten ziemlich Beton an. Berghuis. Thornstra. Muss Einwurf geben. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Und da klingelt es im Kasten. Super, dieses Beispiel. Dieses Tor war natürlich perfekt rausgespielt. Über weite Strecken waren sie das bessere Team. Und jetzt spiegelt sich das auch im Ergebnis wieder. Ja, das Tor ist absolut verdient. Sie haben das Spiel hier wirklich im Griff. Der Gegner kann Ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Joe Rawls. Callum Patterson. Jetzt der Ballverlust. Ballverlust. Reggiano, Habs. Özjakub. Im Moment kommen Sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Der Ball ist draußen. Es gibt Einwurf. Nikolai Jürgensen. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Heulet. Joe Bennett. Callum Patterson. Heulet. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Da verlieren Sie den Ball. Viel Platz jetzt auf außen. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Torstler. Kein Tor. Da blocken Sie den Ball gerade noch ab. Jetzt kommt die Ecke. Und er ist drin. Und da haben Sie das Tor. Nach dieser Ecke. Hat er gut reingebracht. Da kam die Ecke klasse rein. Und der Abschuss passt. So, der Treffer noch mal in der Wiederholung. Kurz zusammengefasst. Gute Ecke. Klasse Kopfball. Und schon ist der Ball drin. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Heulet. Joe Rolls. Gefährlich. Und angefangen vom Verteidiger, diese Ereingabe. Heulet. Gute Aktion jetzt. Joe Bennett. Super dazwischen gegangen. Jetzt ist Platz für den Konter. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Gute Ereingabe. Vielleicht die Chance. Ja, klasse. Ball erst mal weg. Ja, Sie können erst mal klären. Schluss. Aus. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Und das ist der Sieg. In Spiel 1. Und damit können Sie zufrieden sein. Noch ist nichts erreicht. Aber die Zeiten stehen auf Erfolg. Und dann gucken wir mal, was es gibt in diesem Spiel. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Schöner Auftritt heute von ihm. Zwei Tore gemacht. Gewonnen. Was will man mehr? Vielen Dank.